Willkommen zurück bei den zwei geilsten Superhelden auf der ganzen Welt. Jawohl, wir sind würdige Nachfolger von Batman. So, Patrouille beginnen. Die Iceberg Lounge. So, ich bin dafür. Nein, wir machen jetzt erstmal eine Trumpendrohung dahin. Scheint keine der üblichen nächtlichen Störungen zu sein. Die führen da drin gefährliche Experimente durch, oder? Ich gehe jetzt rüber. Oh, meinst du oben morgen den Tag? Ja, aber warte mal, da unten gehts grad heiß her. Ja, da ist wieder was zum Verhören. Wie sieht die denn aus? Das sind jetzt nochmal perfekte Angriffe. So. Ich schmeiße die ganze Zeit mit übergriffen, ob man sich den noch nicht kennt. So. Wie oft ist das erlebt? So. Bei mir geht's ja noch. Okay, manchmal. Sei bitte vorsichtig. Hehehe. Hey! Hö. 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 Go, go, Baumarranges! Ich weiß nicht, wie ich es da aufkomme, aber diese Bikes sind nämlich wieder. Wow! Ich komme nicht zurück. Der Navi leite ich wieder anders als meine. Das sind die immer so lustig. Hi! Servus! Was ist ein dummes Navi, ey? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da von der Bikes hatte gekommen. Na, was? Ich weiß nicht, wie ich da von der Bikes hatte gekommen, oder? Nee. Na, die Puckabäck, ne? Ich weiß nicht, wie es hier ist. Je weiß nicht, wie es… Wuiiis! Es könnte ein Sprengsatz vor Ort sein, also Vorsicht. Siege von der Gegner in Sherry Bob. Los geht's! Unentdeckt, du willst nur hier unentdeckt halten. Es geht, wenn du es selbst auf der Tat machen kannst. Aber irgendwie bin ich noch ein bisschen ungenauer für mich. Du hast den Kampf verloren, bevor er anfing. Ja, okay, jetzt waren sie wohl mal die Spielsgröße. Nächster Halt! Du bist der Nächste! Oh, heute ich nimm einen Bürger mit zur Arbeit haben! Oh! Ah! 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 Oh, mein Gott! Du bist der Nächste! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh Gott! Oh Gott, das ist gerade noch mal gut gegangen! Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht habe! Ja, nur da stehen! Ein Scherft. Guck mal, da ist eine historische Dingmalplatte, die ist orange markiert. Einheiten zur Ecke University und North Campus Way. Hm. Wer ist die Gelände, Rob ist ein paar. 40 Stück gibt es aber auch noch. Das ist auch gerade gehört. Ja. Was ist denn das Wissen? Warte mal, wo ist das jetzt nochmal? Warte mal, warte mal. Was denn? Diese... Was steht der Dicks? Na, Herausforderungsmenü. Ähm und dann Herausforderungen. 7 von 10 haben wir jetzt. Also ich hab's. Ich stehst gar nicht mehr da. Also es ist geschafft. Ich kann auch mal was da der nächste Schritt ist. Ach stimmt. Ach stimmt. Ja, das haben wir irgendwie noch so gefehlt. Ich guck mal den aufweißen, damit der die Nacht beendet. Genau. Und hier was hier passiert. Hä? er wird gedankt aufrunden der ist der bühne haben wir im packen stricke nicht und sonst guckst du auf der bürger weg aber hier ist ja niemand ok stricke Ich hab leider auch keine Bock für ein Spiel mehr, ist halt aber leider so. Da wartet ich hier und leider nicht mehr, gar nicht mehr. Schon traurig ist das auch nicht mehr erwartet, ne? Naja, man kann ja auch ein bisschen Aufnung haben, ne? Ja, stimmt, wiederum. Bis jetzt, dass ich nicht laufen konnte und wo ich schnell laufen wollte, und so Zeug hatte ich bis dann noch keine Bock. Was sind zupackende Schläge? Also immer diese Begriffe. Er muss erst packen und dann schlagen. Das passiert. Ich hab bis sich hinterher. Aufs Maul. Ja. Sehr gut. Modus-Mission. Schon ganz schön brutal, ne? Muss man uns mal lassen. Na, schon nice. Schön, dass ich helfen kann. Das ist auch ein Icon. Kühlfläche nehmen. Lebe nicht dein Leben. Rekonstruiere es. Warte, ich bin eine Herausforderung gefühlt da. Das war für die Harley, deshalb. Das müssen wir uns jetzt Panzerwagenüberfall klären. Das war die Harley. So, 42 Schmiede. Was ist die Gegeneinschrift? Umgebungseinwirkung. Mist. Ich wollte noch mit ihr reden. Das bedeutet, irgendein Umgebungsding auslösen, ne? Hallo, ich will da runter, Nightwing. Danke. Oh, klar. Ich bin's jetzt. Egal. Hier muss es doch irgendetwas geben, das mir verrät, was los ist. Ich hab hier einen Link zur Website von Dr. Q. Sieh dir das mal an. Kein Problem. Ich guck nach. Das kann einfach nicht gut enden, oder? Follow-off, Rekki. Augen zu vergeschnitten. Kehre zu Lockdown zurück. Okay, Harley führt diese Nacht erledigt. Wollen wir mal diese geheime Identität kompromotieren? Wollen wir mal diese geheime Identität kompromotieren? Ich weiß nicht, das ist einfach. Hä? Sekunde. Jo. Wir müssen ein Verbrechen schaffen. Da, wo? Was meinst du? Dieses, äh, geheime Identität grüns. Hab ich markiert. Ist das gelb oder was? Ne, das weiße. Schild. Ach da, ja. Kann man machen. Ja, ganz genau. Da ist ein Batarang da oben. Was? Da oben ist ein Batarang. Ah. Meine gespüten Open-World-Augen haben es. Genau das, was ich wollte. Nerf Gotham. Meins. Ja. Soll ich das nicht. Ja. 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 Oh. Oh. Ja. 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 Das ging der aktiviert, sie во muss man hinkjonen. Ja. Ich kann die Kameras hacken. Warte ich mach die aus. Und die da hinten noch. Dann könntest du eigentlich durchgehen. Sehr gut. Nice. Verstanden. Was das jetzt war, aber wahrscheinlich kann man das... Kriegen wir jetzt irgendwas für eine Komplungsrucke? Ja. Ich weiß nicht, wer die Transmog die Farbkommunikation bekommt. Wie denn? Mit dem Herstellungsding, wenn du, Herr Howard, erklärt. Man muss einen Anzug einfach in dem Stil herstellen. Dann hat man den freigestattet für alle anderen Anzüge. Ah, okay, gut. Aber bisher konnte ich halt auch nur das Blau-Grau von mir machen. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich kann. Was Farben anging. So, ich würde auch mal sagen, wir machen nicht gleich mit der Hauptmission weiter. Das ist das Cobblepot-Ding, sondern machen wir mal die Starlabs. Das ist Orange unten. Und auf den Weg holen wir die Kiste. Und die gibt's ja auch noch. Da ist die ja, das die zuerst machen, danach zuerst selbst. Ja. Dann liegt die aufm Weg. Das ist die Brücke da vorne. Hm. 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 Hallo. Fuck. Pack 2,��on! préparin! Chandi film-Pack 2,2003そう. Mit dem tollen Navig. Und dann hat er gesagt, das ist Nightwing. Sie werden Nightwing fällig machen, man hört mich ganz an ein negatives. Nightwing würde einen weniger auffälligen Eingang nehmen. Sie sieht gerade gefährlich aus und ich kriege keine Beleidigung. Bad Girl bestätigt. Der Nutzer bestätigt. Standort auf AR-Gerät hochgeladen. Hast du jetzt was bekommen? Ja. Hey Alfred, hat Bruce je davon gesprochen Vorräte in der Stadt zu verstecken? Wir haben ein Lager gefunden. Es waren ein paar nützliche Sachen darin. Master Bruce hatte immer gerne einen Plan B. Die Vorräte in diesem Griechen haben ihr den langen Wege zurück zur Betthöhle erspart. Wenn sie sich genauer umsehen, finden sie in Gotham sicher noch ähnliche Lager. Hast du das hier geprüft? Ja ne, hast du jetzt irgendwas in die Truhe öffnen müssen? Ja, da oben wohl auf diesem Vorsprung. Oder eben was. Cool. Du musst erst mal hier prüfen. Ne, das hast du jetzt halt alles gemacht. Das ist wobei, tschuldige, nachdem du da hin bist und dann kam ich dazu und dann war es schon fertig als ich kam. Ich konnte da nichts mehr machen. Also war es einfach erledigt. Und ich habe halt durch die Missionen zu beenden was bekommen. Na dann. Also Questbelohnung. Ja. Deswegen denke ich, dass es das war. Gut. 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 Passen Sie da drinnen auf, Nightwing. Jetzt Schlaf schon. Ist da jemand? Schlaf schon. Es geht nicht, oder? Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Das ist ein Geist. Die Haunt. Du legst dich mit der Fallstrahl. A.O. Ich muss die in so Sachen reinlicken. Da geht es mit dem Werfen extrem einfach. Hä? Das Problem ist, wie sie tut. Die normalen sind schon mit einem Schlag. Weil wir sind stark. Pack ihn doch. Okay. Sehr gut. Ich werde die greift brauchen. Okay. Jetzt muss nur noch der Müll rausgepackt werden. Ich bin im Fettsack. Sehr gut. Das wäre geschafft. Du warst wohl öfter mal im Fitnessstudio. Hä? Ist das so, Tobi, ja? Nightwing schon, ich nicht. Ich dachte, du bist Nightwing. Ne, da würde ich eine andere Farbe wählen. Hättest du auch Robin spielen können. Ja, Robin ist aber in der Lusche. Ganz ehrlich. Wie irgendjemanden, der Robin mag. Äh, Robin? Der beste Robin ist Nightwing. Der war ja auch mal ein Robin. Weil der ist jetzt halt ein Nightwing. Aber das Problem ist, dass er immer so ein 12-14-Jähriger ist. Deswegen gehört auch so ein Team... Also 30 maximal. Deswegen gehört er ja zu den Team-Titans. Von DC. Die Team-Titans finde ich so gescheuert, ey. Ich kann die jungen... Ich kann so jungen Helden aber nicht irgendwie diesen... Kann ich die nicht ernst nehmen. Ne, ist auch so. Weil Raven noch ganz cool ist. Aber das ist halt auch nur so Teenie-Girl. Wiederhole. Wir brauchen Hilfe. Die Regulators besetzen Star Labs. Hört... Hört mich jemand? Glockentron? Ich bin vor den Star Labs. Das Gebäude ist abgeriegelt. Vielleicht machen sie Wartungsarbeiten. Das erklärt, wie sie reingekommen sind. Sieh nach, ob du einen Zugang findest. Das klappt. Star Labs. Schokopalakte. Ich bin in den Star Labs. Ich melde mich später wieder. Bewege dich. Die Wissenschaftler stecken in Schwierigkeiten. Wir wissen noch nicht, welche Schwuche hier hinter steckt. Ging Fragezeichen. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Zeit. Das heißt, wir haben hier einen Superschub quasi. Irgendwelche Anzeichen von Ärger? Hier ist alles ruhig. Beschwör's nicht. Mach ne Pause. Schlafenszeit. Sehr gut. Leid für die Haie. Piste. Sicherheitssystem ist noch in Betrieb. Die Regulators haben das System so verändert, dass es alle angreift, die nicht ihr Super-Sci-Fi-Outfit tragen. Sie müssen auf die Kameras aufpassen. Die Super-Sci-Fi-Outfit. Sie sind herangekommen. Die kann ankommen. Wie ist sie da weg? Die ist sie da weg? Hab ich. Das ist hier passiert. Das ist hier passiert. Jura, stopp! Stopp! der fährse auf dem hinterkopf finden wir kennen uns diese kisten an gott vor uns für die scharren dort voll da gab es auch so kisten was zack zack und dann hat man zeug bekommen oder nein an destiny klar das selbst auch der effekt ist halt ich kann es wahrscheinlich anders drauf zugreifen so gehöre ich kein unbekanntes musst du wirklich ständig so herumlaufen das macht mich echt nervös soll es auch was wenn uns wer findet kann manuell deaktiviert oder zerstört werden bei mir sie sie die 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 Ob die Jagd wird. Die Tür öffnen kann nur der Horst. Ja ich meine aber du konntest ja trotzdem die Animationen abspiegeln mit deinem Charakter. Das verstehe ich auch nicht. Der Sicherheitsraum. Vielleicht komme ich rein und finde heraus wer ihr geheimnisvoller Kunde ist. Wow. Ich necke das denn jetzt. Wir können es eigentlich gar nicht sehen weil die lege gecoucht waren. Oh mein Gott. Ah Dr. Frost ist es. Oh der Freeze heißt er hier schon. Mr. Freeze ist oben. Die. Nicht cool. Wir halten sie auf bevor sie sich holen was sie wollen. Der schieß bestimmt mit Feuer. Ich würde mir den aus dem Spiel hier jeder Schurker äh der gegen Batman war war auftaucht. Außer Joker der ist tot. Aber ich rechne auch noch mit Scarecrow das wird dann ziemlich creepy wahrscheinlich. Probable. Das ist so richtig beliebt der. Der benutzt viele äh wenn man Batman Spiele macht. Weil der halt so Horror Effekte auslöst weiss man mit seinem Gas. Naja. Ja ich weiß noch was letztes Mal war. Wenn der Pete Green zum Beispiel nett wird dann gehen die langsam die Schurken aus. so. Wenn der Kunde mit ihnen fertig ist. Wenn du das für hattest. Auch was erwarten. Überraschung. Das Verbrecherleben ist toll was. Ah. Ah. Das Verbrecherleben ist toll was. Ah. 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 ist definitiv hier lang gekommen zumindest lässt er sich leicht aufspüren ich gar nicht gedacht was hast du getan er ist überall kreogel ein anzug muss ein leck haben darum ist er hier um ihn zu reparieren ja dann lass mich das so machen oder das gehört freundlich wo siehst du ich bin ich mit dem scanty über die ich habe so unfreundlich die füge oder ist wieder der starke der hier in die Schildorf machen kann. Ah ja. Ja und in einer Minute ist sie tot. Finde ich Brecherin. Krass, ich hab's ja wirklich nicht mehr gehört. Ist gar nicht das genug. Ich muss zugeben, seit Freeze zurück ist, haben wir ein paar tolle Treffer gelandet. Das neue Spielzeug ist auch ganz nett. Hier kommen wir gleich vorbei, wenn ich mal mache. Frohn Olle geht auch. Soll. Keine Doppelkommung gemacht. Wie ist die Kiste? Okay. Hö. 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 Finden wir Freeze. Du findest die Wissenschaftler irgendwo über diesem Raum. Nimm alles nach. Jetzt aber nicht alles. Das ist Star Labs, kein williger Ramm schlagen. Klar, aber das ist eine Tür. Keine höhere Mathematik. Werden sie weggewürgt. War das grad synchron? Ja. Er hat gleichzeitig gedrückt. Es ist so ruhig. Wo zum Teufel sind die Wissenschaftler? Es ist ruhig. Zu ruhig. Oder tot. Sonst. Ich versteh dich nicht. Ich wollte grad sagen, warum sagt der eigentlich nichts? Das sieht aus wie der Maße ist schief statt dem Steffees, ehrlich gesagt. Ah, jetzt den Koppeln kennst du. Ich wusste, einer seiner Schützlinge würde auftauchen. Schlechte Nachricht. Die Zwergsternlegierung werdet ihr nicht bekommen. Was meine Mitarbeiter treiben, geht mich nichts an. Ich habe, was ich wollte. Du hast Leute umgebracht, Freeze. Was willst du denn? Meine Zeit ist kostbar. Ich werde sie nicht weiter mit Regen verschwinden. Kalonanlage gefährdet. Räumen Sie das Gebiet. Uns geht die Luft aus. Hilfe! Lassen Sie die Railgun! Die Railgun aus Fortmann. Dann halte ich die mal zuerst aus. Sperr. Ich muss einen anderen Weg finden. Die Railgun muss sich doch drehen lassen. Hm? Drehen wir an. Halten Sie aus! Ich kann meine Bruder weg. Du verlor. Aua. Ich muss das erste Mal als kritisch am Leben finden. Damit kann man vielleicht die Tür ausbrechen. Ich bin mit der Tür ausbrechen. Bist du bereit? Beim Atom noch der Tür. Der Tür. Es war so schlecht. Ich bin mit der Tür. Seid! Kürzen! MDR! Keine Ahnung. Sagen wir es nicht bei jedem von diesen coolen Geschwielen. Ich frage, es waren immer zwei Stücke im Aufzug hoch. Wir haben was an der Konsolen zu kommen, ne? Hä? Um mal die Konsolen zu drücken. Okay, klicke. Sehr gut. Oh, wo ist das denn? Jetzt habe ich aber Angst. Ah, du meinst für Arme. Da kommen wir. Oh, der war ja stark. Nur für mein Schaden. Nicht so einfach, wenn er sich gebohrt wird. Alter, Zeitrupe. Das war schon. Das war aber die Wälder noch. Ich komm ja schon. Darf ich mich hier ohne dich machen? Ich sag es. Okay, ist ganz schön. Ist ganz schön irgendwie. Ich darf nicht da an die Tastatur. Ist das nur der Nightbot? Hey. Keine Sorge. Das wird schon. Sie kommen von Batman, ja? Wie schön. Gott sei Dank sind Sie rechtzeitig gekommen. Gut, dass Sie Hilfe gerufen haben. Er hat unser Kryo-Gel geklaut. Das reicht, um Gothams Wärmeenergie abzuleiten. Und zwar mehr als einmal. Das kann die Stadt einfrieren. Keine Sorge, das lassen wir nicht zu. Wissen Sie was? Erzählen Sie das bitte auch dem GCPD. Mach ich. Nochmals. Vielen Dank. Das war Mr. Fleece's Quest-Rider-Begin. Jetzt chill mich wieder. Bitte und chill, ey. Die Ugalerals haben zu Mr. Fleece zusammen geschlossen. Ja, ich dachte dann, ihr habt, es ist mal ein Problem. ist ein Problem, dass die Fahrräume nicht echt möglich sind. Zwei neue Kisten. Jetzt ist auch bei mir der Ding weg. Was? D uh, dass ist halt geil bei der Beine. Nein, nein. Ja also, ich weiß gar nicht wie es hieß. So ist es zu spät. Ich kann jetzt das erste Jahr den Stil freischalten, das klassische Nightbrain-Outfit. Wenn ich einen Anzug kriege. Was ist denn da unten? Ist ein Boss? Nee, komisch. Haben wir das Vorausslage? Ah, es sind auch viele, die haben wir das Vorausslage. Können ja das aussehen. Ja, da war gerade eine komische Lebensnagina ohne. Oh. Okay. Sollte sie nicht runterkommen. Warum? Weil hier extrem viele GSTPD-Typen sind. Okay. Ich glaube, dass ich innerhalb von 20 von denen gesprungen bin. Die kurz Zoom verwehrt geguckt haben. Oh, das ist Voraussetzung, das kann ich ja noch machen. Bitte? Schreck. Das muss Batman hinterlassen haben. Wie mache ich das auf? Das ist bei diesem blauen Ding entfolgen. Und alle einsammeln. Das ist nicht los. Ich habe alles mitgebracht. Ich bin holl. Ich bin holl. Ich bin holl. Ich bin holl. für das andere blauläuschen gehören. Deshalb. Hallo, geh doch mal hier hoch, du drussau. Geh hin. Ich hab's für Bruce Audio-Socks gefunden, die sein Kerl als Bild noch aufzeichnen, da ist ein bisschen unabhängiger Sammlung. Naja. Cool, Alter. Das war aber die Folge. Dankeschön zu sehen. Warte, wir einen können noch machen da. Das ist doch gleich in der Nähe. Wenn du danach gehst bei einem Open-World-Spiel, kannst du immer noch irgendwas machen. Ja, das ist nicht so. Für das ist ja schon ein paar lange. Ja. 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 Aber ja. Okay. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018